Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen, mein Name ist Trixi und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich habe gerade bemerkt, dass die Wände hier so karl aussehen und habe mir belegt, dass wir vielleicht noch ein paar Bilder aufhängen sollten hier. Wäre vielleicht interessant. Ähm, wo waren denn die Bilder überhaupt noch mal? Ein sonstiges? Ich weiß es gar nicht mehr. Gehen wir einfach mal Bilder ein. Nee. Fotos vielleicht. Auch nicht. Ach, in der Galerie war das, gell? Ja, da war es. Hm, hängen wir mal den hier auf. Das ist in Ordnung, das Bild, die Bildergröße. Machen wir mal da einen hin. Ähm, da könnten wir den hier aufmachen. den Kollegen hierhin hängen. Wupp. Setzen wir mal. Wupp, wupp. Stippen wir mal hier in den, oder? Ja, komm. Jetzt machen wir hier in den Kerl. Okay, genug dekoriert. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal nach einem neuen Auftrag. Was wir da noch haben. Hm. Machen wir das mal. Betreff, ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung habe. Äh, Absender Anne Dennis. Hallöchen. Ich habe ein großes Häuschen erworben. Nun muss es grundlegend renoviert werden. Leider hat mich mein Mann verlassen. Die Kinder habe ich enterbt. Und ich selbst habe keine Ahnung von renovierenden Arbeiten oder Aufräumen. Hallo, Kinder enterbt. Was ist denn das für eine? Huuu. Ich werde vielleicht das Haus verkaufen. Möchte aber ein wenig daran verdienen. Weswegen es top sein muss. Kommen Sie bitte alles auf. Streichen Sie die Wände. Eine schöne, helle Farbe. Wobei der Flur ein hellorange sein sollte. Tauschen Sie die Toiletten aus. Und denken Sie bitte an die Heizkörper in jedem Raum. Okay, ich vermute mal, die hat sie enterbt, weil sie das Haus verkaufen will. Und dann will sie den ganzen Gewinn für sich selbst einstreichen. Was ist denn das für eine Mutter, ey? Voll die Rabenmutter. Huuu. Hat. Okay. 60 Fortschritte. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das. Okay, dann räumen wir erstmal hier auf ein bisschen. Das ist ja kein Problem. Hier ist auch noch ganz schön viel gekrempelt. Weg damit. So. Wir räumen mich wie immer erstmal grob auf. Lass man überall 100% haben. Dann wird gereinigt. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen könnten. Boah, wie viele Räume hat denn der Kerl hier? Äh, die Mädel. Das ist ja kein Kerl. Verzeihung. Okay. Das ist so weit gecleaned. Gut, die Kisten müssen weg. Na, hast du dich hier versteckelt, ey? Nix da. So, erstmal aufsetzen das Teil. Oh, gut. Wo haben wir hier noch? Sif und Dreck. Haben wir den 200%. Hier haben wir auch 100, gell? Jo. Ja, und falls ihr euch wundert, warum ich noch kein Passport mehr rausgebracht habe. Ähm, es liegt da und ich warte auf eine Hardware. Genauer gesagt, auf einen Anschluss. Für das Wacom. Und, ja. Weil das Kabel ist leider defekt gegangen. Und jetzt muss ich so einen WLAN-Stick haben für das Tablet. Allerdings kostet auch 40 Euro das Ding. Und, jo. Ich warte halt zur Zeit, dass es ein bisschen auf Rabatt geht. Ne, 50, glaube ich, so kostet es sogar. Und warte halt ein bisschen, dass halt ein bisschen günstiger wird, das Teil. Weil es ist echt nur ein kleiner Stick. Und da zähle ich halt nicht so wirklich einen für den Preis. Zu löhnen. Aber stimmt, das wird auch bald günstiger sein. Bald ist ja Summer, ähm, Summer Monday. Ja gut, bald ist gut. In zwei Monaten. Aber dann gibt es auch wieder Passport hoch. Mit Sicherheit. Okay, da oben sind die Drecksäcke. Die uns da Probleme bereiten gerade. Guck mal, mach weg das Ding. Boah, die ist gekrabbelt im Hintergrund. Das macht mich nervös gerade ein bisschen. Ach gut, wir machen die Viecher erstmal weg. Stirbt ihr, Höllbrot. Weg mit euch. Ich, 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 das ist so widerlich. Los, weg damit. Aber ohne Spaß, äh, Viecher. Ist das wirklich so, dass man die Kakerlaken aufsaugt? Ich weiß ja gar nicht. Ob das so ist. Jo, weg, weg, weg. Da ist noch einer. So. Noch irgendwo welche Viecher. Da haben wir sie alle weg. Ja, sieht auch gut aus. Können wir das noch wegmachen hier. So. Ja, mit meinem Summer Car. Ich bin echt belegen, warum ich diese Reifenspur nicht einstellen kann. Das ist irgendwie so seltsam. Sülzum, 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 sülzum. Ach ja, es gab ein Update bezüglich, ähm, Fenster reinigen. Und es gibt neue Farben. Gibt es zur Auswahl jetzt. Also, sie haben einiges gemacht. Die Jungs und Mädels. Finde ich cool. Aber ich reinige jetzt erstmal hier alles. Und dann gucken wir mal weiter. Also, nicht später. So, dann werden die Räume fast alle sauber. Bis auf dieses Badezimmer halt. Oh mei. Hier gibt es Schlimmeres. So, machen wir mal gerade die Heizungen alle fest, würde ich sagen. Ähm, ne, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zur Heizung. Was ist alle? Ähm, wupp. Kaufen. Und das kommt dann hier direkt dran. Ähm, was ist denn hier los? Ähm, da fehlt ja was anderes, oder? Was kommt denn dann hier hin? Das ist doch keine... Doch, das ist eine Heizung. Aber die Falsche. Ist das die Lange vielleicht? Hä? Was kommt denn hier hin? Hier muss doch ein Heizkörper hinkommen, normaler. Ja, dann müssen die Stühle weg, glaube ich. Moment mal. Probieren wir das mal aus. Ah, geht doch. Jo, dran, dran. Und schwupp. Sehr gut. Ja, die Stühle müssen wir jetzt mal gucken, wo wir die hin platzieren. Der passt ja dahin. Hm, müssen wir das halt drehen. Jetzt ziehen wir den Stuhl halt hier hin. Und der Dichter, geht das? Moment mal. Das passt. Ah, wie cool. Da können wir es ein bisschen quetschen, dann passt das. Kann sich mal keiner hinsetzen, aber komm, ist egal. Ja gut, die ganz dünnen können sich da hinsetzen, mit Sicherheit. Gut, dann wäre das schon mal so fast fertig. Oh, Fenster reinigen. Genau, da gab es ja ein Update. Da gucken wir uns mal das mal an. Wie sich das verändert hat. Oh, yes. Das ist schon wesentlich angenehmer. Oh. Kann man schon fast mal mit. Sehr schön. So, hätten sie es von Anfang machen müssen. Ah, ist das schön. Endlich kann man Fenster ordentlich reinigen hier. Jo. Oder oben ist noch was, glaube ich. Ja. Jetzt gehen wir mal grob durch. Jo. So gefällt mir das schon wesentlich besser. Sehr gut. Oh, da ist noch ein Fenster hier. Moment mal. Wo ist denn hier noch ein Fenster? Ah, da. Aber so macht es Spaß. So macht es Spaß. Und in Maustaste drückt man das Ding sozusagen nach unten. Und das haben die echt sehr gut gemacht. Dankeschön dafür, liebe Entwickler. Dass ihr da ein schönes Update rausgebracht habt. Wir könnten auf jeden Fall diesen Sonntag, sagen wir mal, 12 Uhr, wie viel wolltet ihr haben, machen wir einen Livestream dann. Mit Hauswippern. Das ist ein Spiel, das man auch ruhig Livestream machen kann eigentlich, weil das sind ja immer abgeschlossene Parts. Und da können wir mal gemeinsam ein Haus aufbauen. Das halte ich davon, dass wir mal gemeinsam dekorieren und so weiter und so fort. Okay, was willst du hier streichen? Ja klar. Und Fenster wieder reinigen. Jo, das machen wir mal gerade. Und dann werden wir hier gestrichen. Ja und warum ich mit meinem Einrad zur Zeit nicht fahre, es liegt einfach daran, dass die Polizei mittlerweile sich geeinigt hat, dass das Ding illegal ist in Deutschland und förmlich Jagd auf uns machen. Leider, aber es ist so. Wollen jetzt schon, ich glaube, zwei oder drei Einräder in kürzester Zeit beschlagnahmt. Aber wir haben auch kein anderes Problem in Deutschland. Fällt mir nichts zu ein Montierergerät. Wo haben wir denn hier noch eins? Wo fehlt denn was? Wo kommt es? Ach, das kommt hier hin. Ne, ach, können wir nur Fenster aufmachen. Wo kommt denn das Gerät hin hier? Ich würde gerne wissen, was für ein Gerät ihr braucht. Hm. Ach, das ist ja blöd. Ich bin nicht dabei. Das, was ich jetzt vermute. Acht mal. Kann das vielleicht auch hinter sein? Schieb dich mal kurz weg. Ah, der Stecker ist es wieder mal. Ja, 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 ja. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Jo. Ja, ja. Lass mal die Stecker rein. Also Kabel, genau gesagt. Jo. Der kommt als erstes. Dann machen wir den und den. Wunderbar. Öp. Festmachen. Da wäre das Problem auch beseitigt. Sehr gut. Und jetzt müssen wir streichen. Was wollt ihr in den Hafen? Kaffee mit Milch? Was habt ihr für komische Namen als Farben, ey? Und Witz. Kaffee mit Milch. Bin ich mal gespannt, wie die Farbe aussieht. Ja, damit pinseln wir jetzt auch. Und das Schöne ist, wir sind ja ruckzuck beim Streichen jetzt. So, guck mal, wie fix wir jetzt sind damit. Alter, das geht ja ab wie Schmitzlummes hier. Das ist auch einer der Gründe, warum ich erst Let's Plays mache und noch keines Livestreams. Weil ich gerne möglichst vorankomme mit dem Streichen und allem drum dran. Aber dazu braucht man halt Erfahrungspunkte. Und darum wollte ich das auch offscreen ein bisschen machen, sozusagen. Okay, ich streiche das mal hier zu Ende. Mir sieht es schon später. So, der Raum ist fertig, soweit wie man sieht. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, die Farbe. Also, hat was, auf jeden Fall. Mit dem Kontrast der Couch. Und das sieht richtig hübsch aus. Ups, den Eimer sollte man da auch wegtun, bevor wir die Couch dahin stellen. Genau, ich stehe mal hier auf den Tisch. Ach, geht leider nicht, schade. Ich dachte, man könnte ihn auf den Tisch stellen. Aber leider geht das nicht. So ist es mehr mittig. Ja, so. So sieht es schön aus. Okay, ja, gucken wir mal ins nächste Räumchen. Was haben wir hier zu machen? Für Farben. Farbe Weiß, sehr gut. Das ist ja wohl Standard, die Farbe. Okay, ich muss noch einen scharfen S schreiben. Ups, da muss. Kaufen. Und wieder mal. Streichen, liebe Leute. Dann bis später. Obwohl das eher grau ist, finde ich. Das ist für mich kein Weiß. Na ja. Okay, der Raum wäre auch soweit fertig dann. Nein, hier fressen wir schnell. Und wenn wir kommen, Farbe, wenn du guckst, ist man, kann man die Hälfte ungefähr. Wir sind echt fix. Den Flur wollte ich sie ja orange haben. Sonniges orange. Machen wir das auch mal ganz fix. Sonniges orange. Was für ein Name. Da haben wir es. Ja, dann kamen auch neue Farben hinzu. Und was auch cool ist, man kann jetzt die Toiletten hinpflanzen, wo man möchte. Ja, haben sie auch hinzugefügt. Also man kann sie förmlich an der Decke und an der Wand hängen. Hm. Bin mal gespannt, was noch so als rauskommen wird. Ich hoffe mal, dass man irgendwann auch so Garten machen kann und so. Das wäre geil, wenn man so Sachen auch machen könnte. Oder komplett neue Wände anbaut. Das wäre auch cool, dass ich sozusagen das Haus verändern kann. Von einer größeren, neuen Raum anbringen kann. Sozusagen also nicht nur Zwischenwände, sondern komplett neues Haus. Oder Dachdecken. Es sind so viele Sachen, die eigentlich noch fehlen. Wenn man so betrachtet. Finde ich zumindest. Aber ich muss sagen, die Farben, die sie gewählt hat, haben was, finde ich. Also sehen gar mal so schlecht aus. Das muss man denen überlassen, auf jeden Fall. Gut. Was haben wir hier noch zu machen? Was haben wir da für eine Farbe? Oh Mann, hier gibt es viel zu tun. Also Heizung montieren müssen wir. Okay. Was noch? Fenster reinigen und streichen in. Was für ein Ding. Okay. Was für ein Name. Bestimmungskobalt. Da ist es. Ich bin gespannt, wie die Farbe aussieht. Das ist eigentlich die gleiche Farbe, wie die ursprünglich war hier. Vermutlich mal. Okay. Was haltet ihr denn eigentlich für eine Hausflipper? Was für misst ihr denn in diesem Spiel? Würde mich mal interessieren. Oder habt ihr irgendwelche Tipps an ihren Entwicklern? Was man so einbringen könnte in das Spiel hier. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Ach ja, was macht man eigentlich im Live-Team? Wollen wir da ein komplett neues, eigenes Haus einrichten? Dann kann man welches ein bisschen Geld sparen jetzt hier. Also wie wir jetzt machen. Ich weiß nicht, obwohl die Kohle, die wir jetzt haben, die reicht ja eigentlich schon, gell? Für ein Häuschen. Bin mir fast nicht ganz sicher, aber ich denke mal schauen. Und wenn nicht, verdienen wir halt im Livestream nochmal ein bisschen Geld. Ist ja auch nicht verkehrt. Da könnt ihr euch nämlich sozusagen die Missionen aussuchen. Was wir machen. Okay, dann wäre das auch lediglich. Aber ich muss sagen, diese Farbe hätte ich nicht genommen. Ist zwar sehr schön harmonisch, also sehr beruhigend. Aber der Raum ist ein bisschen zu klein dafür, finde ich. Weil dunkle Farben verkleinern die Räume noch mehr. Ich glaube, da wäre ein hellerer Farbton besser gewesen. Okay, wenn wir das Arbeitszimmer jetzt betrachten und Schlafzimmer. Ich finde, das reicht schon wieder, aber es ist ja kein Schlafzimmer. Oh, Fenster müssen noch gereinigt werden. Was muss hier noch montiert werden? Wieder mal eine Steckdose. Ich sehe es schon. Na, wo passt denn da? Ja, ja. Wieder mal eine Steckdose. Ich habe es geahnt. Aber das kennen wir ja schon. Ich finde, das Fenster streichen. Hört sich an, ob ich gerade irgendwie mit einem Airbrush-Pistole über die Fensterscheibe gehe. Oder mit Luft. So ein Luftreiniger. So. Dann mal das, das, das. Oh, gestrichen haben wir noch nicht komplett fertig, sehe ich gerade. Upsi-daisy. Wo habe ich was übersehen hier? Da, ganz viel. Dann machen wir das mal ganz schnell gemeinsam. Oh. Das ist ja ratzifazi erledigt hier. Klack, klack, klack. Gut. Da hält man jetzt 100%. Letztes Fenster noch. Dann wird der Raum auch abgeschlossen. Ah, ich muss sagen, das ist echt wesentlich akoptisch, dass man mich abgeht. Uh, uh, uh. Oh, ist das geil. Herrlich. Warum nicht gleich so, Leute? Warum nicht gleich so? Ich weiß, es ist ein Early Access gewesen, aber man muss es ja nicht übertreiben. So. Ja. Wo ist der Furzellahmann? Gott sei Dank. Okay. Fertig. Nix da da oben. Aber wir kommen gut voran hier, muss ich sagen. Also die Toiletten. Ah. Das sieht aus wie. Ach Gott. Das sieht aus, Leute. Müssen wir gleich mal rausfinden, wo der Sif ist noch hier. Jawohl. Keine Ahnung. So. Ähm. Was fehlt denn hier? Ein Waschbecken, oder? Was ist denn das? Waschmaschine. Okay. Haben wir noch nie angeschlossen, glaube ich. Eine Waschmaschine, oder? Ähm. Haushaltswaren müsste das sein. Ja. Die Einbauwaschmaschine. Ah, ne. Quatsch. Die Einbau nicht. Die Stehwaschmaschine müssen wir haben. Wo haben wir denn hier eine? Gibt's hier irgendwo eine? Hm. Müsste eine Montage sein, oder? Kurz gucken. Ich hab das Gefühl, die haben auch wieder was geändert hier. Nee, da ist bestimmt nicht drin. Oh. Moment mal. Was steht da? Waschmaschine. Waschmaschine, ja. Gibt's aber irgendwie nicht hier drin. Waschbecken gibt's auch keine Waschmaschine. Das ist ja eine Einbaumaschine hier, das ist, glaube ich, ist die falsche dann. Bräuchten ja, wenn er nicht stand. Elektroherd. Elektroherd. Ich probiere es nochmal. Nee, das ist definitiv falsch. Passt doch nicht hier hin. Hm. 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 Ach so. Man muss... Man muss da noch Sachen vorbereiten. So, jetzt können wir eine Waschmaschine kaufen und montieren. Aber erstmal, worum findet man die? Hm. Na gut, machen wir erstmal die Wandfliesen. Welche wollen die haben? Keramikfliesen, grün. Wieso wollen die zwei verschiedene haben? Ja. Jürgen Grau, einfach fertig. Ähm, Wandfliesen Grau. Das ist es. Und das schön ist, durch die... Ähm... Ja, da ist nochmal. Durch die Upgrades sind wir auch da recht schnell, wie man sieht. Klack. Das ist auch eine feine Sache. Oh, das sind die Falschen. Moment mal. Wo ist nochmal grün? Keramikfliesen, grün. Moment mal. Ah, das habe ich verstanden. Okay. Die wollen... Das sie als Wand haben. Und das Grau wollen sie dann als Boden haben. Das verstehe ich. Na gut, dann hat derjenige jetzt ein paar Fliesen mehr. Mei, ist das so? Hab ich das verzahnt? Ach, Mann, 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 Mann. Okay. Dann wäre das jetzt fast fertig. Hier. Jetzt müssen wir noch den Boden hier machen. Und... Ja. Schwupp. Und... Schwupp. Da haben wir das. Auch erledigt. Jetzt müssen wir noch den Kram putzen. Ich hab den Mob mal ein bisschen verbessert hier. Wenn wir auch schneller mit dem Putzen sind. Ich weiß noch nicht, wo der Siff hier sein soll. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo der sein soll hier. Ist das hier irgendwo? Hm. Hier muss er ja sein. Aber warum klappt das hier nicht? Der Waschmaschine. Das verstehe ich nicht so ganz. Wenn wir auf die Uhr gucken, müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Leider. Ich schaue erst mal Licht hier an. Das Licht haben sie übrigens auch. Hört besser, wie man merkt. Keine Probleme mehr. Oh, das sieht richtig gut aus da oben, das. Muss man sagen. Was fehlt uns denn überhaupt noch zu unserem Glück? Vielleicht können wir das jetzt doch noch alles unterkriegen. Hier ist nichts mehr zu machen. Hier ist nichts mehr zu machen. Hier ist ein bisschen was, oder? Ne, ist auch fertig. Okay, na gut, nicht ganz. Haben wir uns ein bisschen verbessert. Hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und dann müssen wir noch streichen. Montage und Fenster. Ach komm, das machen wir noch gerade. Dann haben wir alles geschafft soweit. Was brauchen wir denn da? Samtweicher-Fersich. Samtweicher-Fersich. Da ist er. Das geht ja eigentlich recht schnell. Das Streichen hier. Also von daher. Wird das kein Problem sein. Außen cut ich das jetzt wieder zurecht. Und dann passt das. Also Leute, dann bis gleich. So, es müssen auch die Fenster geputzt werden. Dann sind wir, glaube ich, fertig mit allem. Und flipp. Na, wo ist denn der Futzl noch hier? Da war er. Okay, letztes Fenster. Weil mit der Waschmaschine, ich verstehe nicht warum, aber es geht irgendwie nicht. Warum auch immer. Dann wird es halt nicht 100%. Wenn es halt 99%. Dann muss ich halt noch die Waschmaschine anschließen. Meine. Da gibt es Schlimmeres, würde ich mal sagen. Jetzt brauchen wir noch eine Heizung. Äh, die kleinere bitte. Danke. Äh, doch, die große. Habe ich schon vertan. Mein erster Gedanke nämlich. Äh, passt nicht. Okay. Ah, okay. Doch, die kleine. Gut. So soll es sein. Schupp, schupp, schwupp. Haben wir das. Sehr gut. Was fehlt noch? Ähm, montiere Gerät. Ja, was fehlt denn hier noch? Die Lampe? Schupp, nur eine neue Lampe brauchen wir. Kann das sein? Jo, irgendwas ist an der Gra... Ah, Glühbirnen. Wie geil ist das denn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Glühbirnen wechseln. Haben wir das neu hinzugefügt? Kann das sein? Kommt mir zumindest so vor. Weil ich habe glaube ich noch nie Glühbirnen gewechselt in dem Game hier. Lustige Sache auf jeden Fall. Das ist ja wirklich klappt. Okay, dann hätten wir das soweit fertig, die Wohnung hier. Bis auf die Verschmutzung da um die Waschmaschine. Das ist mir jetzt echt egal. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, dann kassieren wir die Kohle hier. Dankeschön. Boah, fett, fett, fett. Meine, bin ich froh drum. Die Rabenmutter abgeschlossen zu haben hier. Oh, neue Fälligkeiten verfügbar. Ui, was haben wir denn da? Preisverhandelbar. Wir machen hier. Das machen wir mal. Zack. Okay, Leute. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Kommentare oder was auch immer. Oder einfach eure Meinung tun möchtet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten lasst mir einen Daumen da oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Man sieht sich. Man hört sich. Man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ciao.